Was geht? Willkommen zum vierten Tag der Darts WM 2021 Session 1 von 2. Los geht's heute um 13.10 Uhr. Micky Meschel gewinnt gegen Haupai Pua mit 3 zu 1. Dann Darius Labanauskas schlägt Liu Jingan mit 3 zu 2. Dann um 15.00 Uhr Wayne Jones gegen Kiyarantian 1 zu 2 Tian und Jamie Hughes gegen Adam Hunt 3 zu 2. So, das war's vom vierten Spieltag im ersten Session. So, bis dann noch. Ciao.